Liebe Erstsemester, herzlich willkommen hier bei uns in Kassel. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für Kassel als Studienort entschieden haben und Sie können auch nur beglückwünscht werden zu dieser Entscheidung, weil die Universität Kassel eine wirklich exzellente Universität ist, die auch am Puls der Zeit unterwegs ist. Insbesondere mit dem Institute for Sustainability wird ein herausragendes Angebot gemacht an Sie und Nachhaltigkeit. Das sehen Sie wahrscheinlich genauso, ist das Zukunft- und Gegenwartsthema, das uns im Augenblick alle begleitet und auch noch weiter begleiten wird. Aber Sie sind auch zu beglückwünschen, weil die Stadt Kassel natürlich eine wirklich sehr lebenswerte Stadt ist mit einem großartigen Angebot, einem großartigen Kulturangebot, einem großartigen Freizeitangebot. Sie werden Kassel lieben und schätzen lernen, da bin ich ganz überzeugt davon. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie das selbst so erfahren in diesem wichtigen Lebensabschnitt, den Sie jetzt beginnen und wenn Sie sich möglicherweise auch dazu entschließen, dauerhaft Wurzeln in unsere Stadt zu schlagen. Das Angebot steht von meiner Seite und von Seiten der Stadtgesellschaft ganz bestimmt. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem akademischen Weg, den Sie jetzt beginnen, viel viel Erfolg und selbstverständlich steht Ihnen nicht nur die Universität, sondern auch die Stadt Kassel mit Ihrem Angebot immer unterstützend und mit Rat und Tat zur Seite. Sie können sich auch gern mal überzeugen von unserem Angebot auf unserer Internetseite kassel.de. Da werden Sie sehen, wie vielfältig das Angebot der Stadtverwaltung, aber wie vielfältig auch insbesondere diese Stadt aufgestellt ist. Und dass Sie jetzt mit dazugehören, das freut mich ganz besonders. Nochmals alles Gute für Sie.